Hallo und herzlich Willkommen zu OMSI3, wir fahren heute 24 Einrichtung Neu Essling. Ich muss die Hübsfälle an, ja, so an ein bisschen Wärme. Ein bisschen weniger, sonst ringen sich die Leute auf. C B B E O O O O O O Ja, da gibt es keine Ansagen, dabei, die Leute haben sich oft geklappt. Ja, es tut mir leid. Heutzutage fahren ja auch alle mitgelenkt, wussten die, alle. Die längeren Strecken werden mit dem M1 oder mit dem Mercedes gefahren. Drei Garten, umsteigen durch 23 A in Richtung Hausweltstraße. Ich bin ein längere Bus. Ich habe Vorrang, los. Ja, siehst du, ich habe Vorgang. Sie läuft flüssig. Wir fangen heute die einfache Strecke nach M1. Und sonst machen wir nichts. Und nächstes Mal versuchen wir den Van Hul auf der Linie 24 Grad zu fahren. Was ihr dabei nach oben lässt, macht ihr das nächste Mal, ok? Für euch. Und jetzt, äh, Flugger spielt. Schauen wir mal, ob sich die Leute sich freuen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ab. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt kann ich auch so. Makumanenstraße. Wir bitten Sie in Zitua Daman, das Sie uns überlassen, wenn Sie notwendiger brauchen. Ich habe Vorgang. Ich habe Vollgas. Wenn Sie Leute ansteigen wollen, sie wollen schneller, ich habe Vollgas. Dann drückt man immer früher. Und blinken. Hallo, ich habe gesagt, ich darf fahren. Nächstes Mal falle ich in der Uhr, Schreiber. Und? ÖPP-Gartenanlage. Ich bin zwei Minuten früh, aber egal. Entstört mich keiner. Jetzt mal den Gelenksraum. 24er. Gewerbepack Katran. Umsteigen zu 27a. Und 87a. Ja. Aber sehr ekologisch. Umsteigen zu 83a. Ich bin ein... Der Gelenker, ich komme. Wie schön hat es du? Boa. Oh, ja! Das wäre mal so wie die Wiener Linien. Wir blinken erstens. Wenn ich heute eine Öffi Haube gekocht habe, dann habe ich eine Öffi Wiener Linie. Grün bitte. Hallo, ich will grün. Ich möchte rüberfahren. Grün, geht grün. Grün. So waren auch die echten Wiener Linie Fahrer. Und dazu halb ich 6,17. Nächster Haube. Schau schon, Alter. Da möchte ich keiner einsteigen, das ist super. Da steckt keiner ein, da möchte keiner einsteigen. Das ist so schön, das ist so schön. Wir fahren durch, wir fahren durch, weil wir uns nicht fahren. Wir sind doch wie in echten Wiener, aber wir halten da nicht. Wir fahren durch, wir fahren durch, wir fahren durch. Anika Weg, Umsteinzug, 83 A. Heutzutage auf der Väter Linie, Linie 86 Einrichtung, Stadt Lau. Ich überhole die Leute, danke sehr. Danke sehr für die coolen Videos. Ich danke sehr. Vielen Dank. Spargelfeldstraße 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 So, ich muss mir den Blitz überfahren, oder so? So, ich muss mir den Blitz überfahren. So, ich muss den Blitz überfahren. So, ich muss den Blitz überfahren. Nächster Halt, Freitag, Friedhof. Umsteigermöglichkeiten im Gewerbe hat es best. Im Gewerbe hat es best. Von Felix Spiel. Machen wir Werbung. Ja. Ich möchte keiner einsteigen. Freitag der Ort. Umsteigen zu 97a. Umsteig. 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 Achtung, die Diesel kommt. Jetzt muss ich mich breit in die Schule halten. 80, super. Nächster Hype, Akravi. Hallo. Wenn Sie nächstes Mal noch ein Video sehen von dem Gelenkbus oder dem XSL Bus, wenn Sie es wünschen wollen, schreibt es in die Kommentare. Egal auf Deutsch oder Englisch. Ich werde es einfach herausfinden. Das wäre super. Das ist die Harald-Frenkel-Gedenkbrücke. Ui, ich zeige Ihnen den bleibenden Fahrer weiter, wie schnell ich fahre. Wenn Sie es in den Schnee fahren wollen, so oder so, irgendwas reinschreiben. Von oben sitzen wir oder so. Das ist ja super. Oh, ja, die bleiben stehen. Das ist ja so. Ja. Neu Essling Umsteigen zu 89a Wir sind Amtli Bitte steigen Sie aus Auf Wiedersehen Wenn das Video euch gefallen hat Lässt ein Like da Und dann sehen wir uns wieder Nächstes Mal Es wäre schön, gell? Ja, wenn ich zu früh sage, aber es macht geil Spass Alte Ich bin Amtli Tschau Leute, bis zum nächsten Mal fahren wir mit den XXL Boots von Holt, nicht mehr mit den NG235, das wäre schön, nächstes Mal fahren wir die längere Route, die was dahinter nicht funktioniert, oder wir fahren nächstes Mal über den Algenweg, ist auch so, da geht's Richtung Aspernord darauf und da geht's in Richtung, da drüben geht's Richtung Invalidensiedlung, ja, danke fürs Zuschauen, lässt ein Like da und Tschau!